Ich hab das noch nicht gesehen, das sind wir bei. Vielleicht lasse ich es mal drin, weil jetzt ist ja auch gebufft, gebuffert. So, tauche ich mit dem aus, also ich bin 1000. Und der kann man noch runter essen und der kann noch runter essen und dann lasse ich die Goldleid noch ein bisschen näher liegen. Äh, ich brauch das noch. Das mach ich ganz normal. LOL! Mach ich ganz normal auf, wollte ich schon sagen. Ich hab nie gesehen. Habe ich ein bisschen eher einfallen können? Dippdüdüpp. Richtig Licht. Wie wem. Hm. Such den Prinz des Schweine. Haben die ihn zufällig gesehen, Jungs? Wissen wir alles, nein. Was macht das jetzt? Oder es ist ja in so einem schrecklichen Ort, dass ihr mir das habt. 5 bis 11, 16 krillt. Brennen der heiligen Flamme. Ähm, jo, ne? Hier. Fuck. Opfer für die alten Götter. Ausgewichen! Juhu! Erstmal anklagen, ja. Erstmal anklagen, ja. Jetzt hast du wieder 1000 Gold. Naah, Mann. Ach so. Dann nehm ich die beiden mit und die 75 Gold lass ich liegen. So, muss reichen. Wuhu! Wundersam, wenn wir jetzt hier. Plus 30% Schaden bis zum Lagern. Dann sollte ich jetzt ne ganze Weile nicht lagern, glaube ich. Hallo? Danke. Danke. Hier ist wir alle auf E. Das verstehe ich nicht. Jetzt jagt. Precision and power. Aber noch mal Blut nicht. Ähm. Und da auch noch helfen, dass er stirbt, wenn dann wieder dran ist. Stopp! Wie viel blutet er? Vier. Und hat noch vier. Dann kann ich ihm einfach dem hier eine überbraten. Für elf. Schnitt des Schlachters. Juhu. Widerstand. Hier, Angriff des Hundes. Arm. Acht. Und das, ja. Jetzt ist es fast. Snick! Hunt!! Und 3-1-9-9-9-9-9-9-9-9-1-9-10-1-6-10-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-6-10-1-9-10-9-2. Hier, so, da. Hier stehen die in alten barbarischen Ritualen. Hm. Ne. 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 Sollte man also nicht machen. Ich hab keine Ahnung, was ich da machen müsste, um da einen positiven Ausgang hinzukriegen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, das hat der wieder weniger Stress. Hacks laden mit Loot sind oft low on Supplies. Ich brauch die Büsten. Ähm, wie viel hab ich? 30. Feuerchen machen. Nö, Feuerchen. Ich hab ihn gefunden. Vernichtet den da. Was ist jetzt deine Fähigkeit? Ah, er hat 130 Leben. Ähm. Da denk ich mal gar nicht ran, hä? Irgendwo. Krass. Ach ja, das ist drei groß. Das ist drei Felder groß. Drei Felder? What the fuck. Ähm. Der wieder bin ich so versacket. Der Blut ist nämlich schon. Au. Aua. Lass den Kleinen in Frieden. Ne, den töd ich jetzt. Körper auslöschen. Alter, krass. Macht er viel Damage. Bin ich hier die beiden? Mhm. Bin mir schon aufgefallen. So. Du bist jetzt tot. Rühne Zerstörung. Tode Stoß. Für Vityok. Äh. Sorry, Vityok. Hehehehe. Ah. Betäuben. Ne, 100%. Dann kann ich einfach hier. Stresslinderung. Heilung. Ne. Zack drauf. Alter, ist der aufgetrammt. Aua. Weil wir den Kleinen angegriffen haben. Heil mich. Heil dich selber. Alter, macht der, der macht nur AOE Schaden, Mann. Vielleicht war das auch nicht so gut, den Anzug auf. Oh, mach mal ein bisschen mitschaden hier drauf. Kritische Heilung, ne? Das ist... Lass den Kleinen fliegen. Der Kleine ist tot. Ich hab die Hälfte geschafft, Mann. Jetzt hätte man einen Crit hier gebraucht, wieder. Vielleicht ist das wirklich nicht so schlau. Den Kleinen zu töten, wenn der jetzt so krass abgeht. Ah. Death Door. Alle drei. Na, geil. Äh, ja, ne? Hau mal drauf, weil du kannst eh nicht viel mehr machen. Und jetzt sind alle tot. Pass mal auf. Ernsthaft. Wenn mein Heil ist nicht rangekommen, wie so, hat mein Heil hat der Runde einfach nichts gemacht. Das ist doch behindert. Also, soll ich ihm jetzt noch 40 Schaden machen? Das könnte helfen. Und das? Na, sieben. Komm schon, das schaffe ich. Komm schon, sieben. Jawohl. Zwei für den Boss. Das nehm ich mit. So. Äh, ich geh ins Duft zurück. Danke. Das Treffen hat mir gereicht. Au. Ja. Dark Noah und Vietcher sind gestorben. Aber den würde ich hinterher nochmal nehmen, denn Hunde, ich weiß nicht. Weil er hat dann ganz geile AOE gemacht, wenn man ihn gebufft hat. Ein bisschen, also ein bisschen aufgewirft. Stressschaden in Meereshörn. Schleichen unterrusten und Krankheit entfernen, Krankheit entfernt. So, wen haben wir denn jetzt hier? Oh, das ist der weiteres Stufe Nodus. Ähm. Ich will eigentlich noch ein Aberlässt zu haben. Schon wirklich toll. Das nützt mir ja nix. Nicht viel zumindest. Ich hab's auf dem Stufe 3. Erstmal das Stressortieren hier. So. Ähm. Nur Geißeln. Nein. Geißeln will ich halt hier. Busekammer, ne? Ist das. Moment. Äh, verdammt. So, Pide. Ist es egal. Ist auch der Einzige, der noch muss. So, dann meditierst du halt. Zack. Ne, unser Friedhof. Fünf Leute sind es bis jetzt. Sie sind zu einem richtigen Grabstein. Verdient mir wohl wieder nicht beim ersten Mal. Oh, Bosser haben mich bis jetzt. Gekillt. Wollen wir schon was sortieren. Leere ist die einzige Beteiligung gegen... Was? Keine Ahnung. Ich wollte hier. So sind wir mit Farnschuss ausweichen. Minus Strasseländerung. Hm. Nee, dann du nicht. Kriegst du den Ring des Helden. Bein soll ich eigentlich immer dabei haben, bei irgendjemanden. Der ist nämlich echt krass geil. So, kurz Veteranen. Bin ich hier irgendwas mit Gift? Die Dodger hat Gift. Sonst hab ich vor drei Mal nicht so viel Gift, deswegen hab ich die Meereswelle immer zwei Mal hier. Gift. Gift. sehr lieb so gläubig ist mir nicht nahe ist so eine truppe die man zusammenpacken könnte der schaden ging unheilig minus 2 ausweichen so jetzt mal wieder nach aktivität sortieren danke ganz oben oder sind noch gar nichts geupdatet hier schlag solche granate mutig der dunst blend gas ich habe euch gerade auf jeden Fall so ich habe das noch mal verwendet haben glaube ich nicht Giftschleim weil den brauche ich jetzt gleich richtig cross Lüdi ähm ne ich würde eigentlich den das habe ich schon reingenommen und siebchen mal hier Vergeltung zählen wir hier an Lust gegen den Schlag raus Zuspruch war eigentlich ziemlich geil ja so und dann Säppchen plus Abwehr würde ich lieber ausweichen so und dann hier nochmal Schmiede bisschen die Waffen upgraden ähm ich habe doch hier was für dich minus Stressschaden auf Gruppe von minus Verwandlungsstress nice Schloss der Bändigung gut so ist die Frage wie ich jetzt so ist die Frage wie ich jetzt das noch eigentlich nicht weil er bewaffnet sich schon so immer sehr gut so ist die Frage wie ich hier noch mal von ihm verbessern so ist die Frage wie ich hier noch mal von ihm verbessern so ist das so ist die Frage wie ich hier noch mal von ihm ich glaube ich bin so ist die Frage wie ich hier noch nicht